Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mindestens einmal pro Monat überkommt mich so ein Gefühl und ich denke mir, Robert, das, was du tust, geht alles nicht schnell genug. Du trittst auf der Stelle. Und das ist ein extrem unangenehmer Moment und früher hatte ich wirklich Probleme damit, dass ich gedacht habe, ey, das geht wirklich alles nicht schnell genug. Was kann ich noch tun? Und das hat häufig zu hüppeligen Entscheidungen geführt, die irgendwie alles wieder kaputt gemacht haben, was man sich irgendwie aufgebaut hat, bis ich wirklich etwas an meiner Denkweise geändert habe. Und als ich das gemacht habe, gingen plötzlich die Dinge schneller als jemals zuvor. Es hat aber wirklich seine Zeit gebraucht und fünf Dinge musste ich verstanden haben. Welche fünf Dinge das sind, werde ich dir in dieser Folge verraten. Und wenn du zu der Kategorie ungeduldig gehörst, dann solltest du diese Folge unbedingt bis zum Ende ansehen. Apropos ungeduldig, das würde mich mal interessieren, ob du dazu gehörst oder nicht, ob du auch manchmal das Gefühl hast, dass dir alles nicht schnell genug geht. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ich der Einzige bin oder ob es, dir vielleicht auch so geht. Ich freue mich, von dir zu lesen. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Interessenten und das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass wenn man als Unternehmer und auch als Gründer seine Ungeduld nicht unter Kontrolle bekommt, dass man ein verdammt großes Problem hat. Denn die Person hat berichtet, dass er wirklich alles schon probiert hat, um sein Unternehmen zu laufen zu bekommen. Wirklich von LinkedIn-Ads über Facebook-Apps, über LinkedIn-Content, Nachrichten verschicken. Es hat gefühlt nur TikTok-Ads und YouTube-Werbung gefehlt. Also es war wirklich nichts dabei, was er nicht gemacht hat und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und in dem Gespräch ist immer mehr rausgekommen, dass er all diese Sachen gefühlt immer nur ein Monat gemacht hat. Das war gefühlt die längste Zeit. Und die Person war auch schon deutlich über 40 und nach dem Gespräch dachte ich mir nur, krass, wenn man es nicht schafft, seine Ungeduld irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, dann kann man ein Leben lang versuchen, der Abkürzung hinterher zu hecheln und es nie sozusagen hinbekommen haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und deshalb kam auch die Idee für diese Folge, weil ich das auch in den letzten Jahren wirklich lernen musste und realisieren musste, dass man die Dinge, die man tut, dass man keine neuen Dinge machen muss, sondern die Dinge, die man bereits tut, einfach richtig gut machen muss. Und das ist tatsächlich eine Anekdote und das ist auch das erste Learning, was ich dir mitgeben möchte, wenn dir alles nicht schnell genug geht, aus dem Buch Atomic Habits, wo er cool erzählt, was der Unterschied ist zwischen Profisportlern und Amateursportlern. Und er meinte, der einzige Unterschied ist, neben natürlich Genetik und all so einem Zeug, dass Profisportler über Jahre lang die gleichen Übungen jeden Tag machen können. Und das hört sich jetzt erstmal nicht wahnsinnig spektakulär an, aber was du unternehmerisch auch merken wirst ist, dass das bedeutet, dass du über Jahre die gleichen Aufgaben jede Woche, jeden Tag machen musst. Und die werden halt irgendwann langweilig. Und genau das hat er in dem Buch auch gesagt, dass die erfolgreichsten Sportler halt diese langweilige Arbeit über Jahre jeden Tag machen können. Und da hat es mich natürlich voll erwischt, weil ich wirklich jemand bin, jede Woche suche ich nach dem nächsten Projekt, nach dem nächsten Kick, nach der nächsten Sache, die ich irgendwie machen kann, bis ich irgendwas dann das umgestellt habe und gesagt habe, hey, das sind die Sachen, die ich machen will, nimm YouTube und ich brauche jetzt nicht irgendeinen Stunt machen bei YouTube, sondern ich muss YouTube einfach richtig gut machen. Und das waren so einfache Sachen und das hat mich auch so aufatmen lassen, weil es zum Beispiel bedeutete, hey, mein LinkedIn-Profil, ich muss das nicht mal so machen, sondern ich muss das einfach richtig gut machen. Content auf LinkedIn, ja, man kann Content machen und man kann Content machen. Ja, ich habe auch gesagt, hey, ich mache das nicht mal und ich habe wirklich längste Zeit auch den LinkedIn-Content zwischen Tür und Angel gemacht und mache das jetzt mit Malte super intensiv und plötzlich haben wir nicht nur die Reichweite mehr als verdoppelt in irgendwie zwölf Monaten, sondern auch die Interaktion. Und ich so, krass, man braucht halt einfach nichts Neues. Man muss die Dinge einfach nur lange genug machen und dadurch richtig gut werden und nicht wieder abgelenkt werden. Und insofern, erster Faktor, wenn du wirklich ungeduldig bist, musst du es schaffen, für lange Zeit langweilige Aufgaben jeden Tag zu machen. Learning Nummer zwei ist so fundamental, dass ich wirklich mir ein Post-it gemacht habe, um mich jeden Tag daran zu erinnern. Denn eine Sache, die du natürlich auch beobachten wirst, ist, was weiß ich, wenn du LinkedIn-Content gelernt hast, ja, und das wirklich regelmäßig machst, wirst du natürlich merken, dass es eine positive Wirkung auf dein Unternehmen hat. Da kommt man natürlich irgendwann dahin, hey, hey, wenn ich diese Fähigkeit Content lerne, dann hat das einen positiven Impact auf mein Unternehmen. Wenn du dann anfängst, dich mit LinkedIn-Ads zu beschäftigen, also mit Werbung, und das auch lernst und du richtig gut da drin wirst, hast du nochmal einen größeren Hebel sozusagen und auch wieder positiven Impact auf dein Unternehmen. Und dann kommt irgendwann die Idee vom sogenannten Skill-Stacking ins Spiel. Und das ist ein cooler Gedanke, dass man wirklich in Fähigkeiten einfach denkt. Dass man wirklich sagt, umso mehr man lernt und umso schneller man lernt, desto schneller wächst man auch mit seinem Unternehmen und umso schneller setzt man die Sachen auch um. Und das kann man halt super gut beeinflussen. Und das habe ich mir mittlerweile auch einfach auf meinen Post-it hier geschrieben. Was darf ich noch lernen? Weil wenn man stagniert in seinem eigenen Unternehmen, dann fehlt einem halt irgendwas. Und dann empfehle ich immer, auf den eigenen Engpass zu gucken und zu gucken, hey, wo klemmt es jetzt gerade? Und dann dir die Frage zu stellen, was darf ich noch lernen? Und dann hat man immer eigentlich zwei Möglichkeiten, ob man das selbst irgendwie alles rausfindet und versucht irgendwie hinzubekommen oder ob man sich halt unterstützt und Unterstützung sucht und helfen lässt, das so schnell wie möglich zu knacken. Aber diese Gedanke, welche Fähigkeit fehlt mir noch, hat mir extrem geholfen. Weil jetzt zum Beispiel in dem Punkt merke ich einfach, dass zum Beispiel Video-Ads unglaublich gut für uns funktionieren und dass die Fähigkeit grob ausgeprägt ist bei mir. Also wirklich meine ersten Video-Ads sind seit ein paar Wochen online und funktionieren wunderbar. Und ich jetzt auch einfach gesagt habe, hey, diese Fähigkeit würde ich wirklich lernen. Ich will richtig gut da drin werden. Und die nächsten Wochen werde ich Woche für Woche neue Video-Ads schreiben, um da drin richtig gut zu werden. Und wenn ich das gemeistert habe, habe ich wieder eine Fähigkeit, die wirklich unglaublich viel in meinem Unternehmen bringt, aber auch natürlich dafür sorgt, dass ich schneller vorankomme. Und insofern, nimm das mal mit, dich zu fragen, was darfst du aktuell noch lernen? Welche Fähigkeit fehlt dir vielleicht noch? Oder in welcher bist du einfach noch nicht gut genug? Als ich das dritte Learning gerade durchgelesen habe, musste ich schmunzeln, denn tatsächlich dachte ich mir, oh Mann, jetzt wirst du zu einer richtigen Firma. Und zwar ist es der kontinuierliche Verbesserungsprozess. KVP, glaube die eine Sache, die ich aus meinem BWL-Studium mitgenommen habe. Aber da drin steckt verdammt viel Wahrheit. Und das ist etwas, was wir implementiert haben, weil wir unser Business Scaling Mentoring, das, was wir machen in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, gerade vor ein paar Monaten komplett gelauncht haben. Ich könnte nicht stolzer auf das Programm und auch auf die Zusammenarbeit sein. Und auch die Kunden, die tagtäglich mit uns zusammenarbeiten, zeigen einfach, was für einen verdammt guten Job wir da machen. Aber auch da habe ich gemeinsam mit AC überlegt, hey, wie können wir das jetzt hinbekommen, dass dieses Produkt einfach immer besser wird, Monat für Monat besser wird. Und relativ simpel, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt einen Workshop über mehrere Stunden, einmal pro Monat, wo wir wirklich so ein großes Trello-Board haben mit Ideen, was wir optimieren können, was wir beobachtet haben, was wir an Kundenfeedback bekommen haben. Das alles durchgehen, priorisieren, verteilen im Team und umsetzen bis zum nächsten Termin. Und das ist so, das hört sich so banal an, aber gerade bei Angeboten und auch Produkten und bei Dienstleistungen, würde ich sagen, erwische ich einige Leute, die so einmal alles aufgesetzt haben, alle Systeme und Prozesse und dann so, ah, jetzt habe ich Ruhe. Aber wirklich dieser eine kontinuierliche Termin, den man vielleicht Monat für Monat oder alle zwei Wochen hat, macht einen gigantischen Unterschied mit einem Trello-Board. Und auch dann merkt man plötzlich, dass die Dinge viel schneller gehen und die Sachen einfach erst über die Zeit auch richtig gut werden. Jetzt kommt Learning Nummer 4 und dafür beiße ich mir wirklich in den Hintern, muss ich gestehen. Weil als ich mich selbstständig gemacht habe, jung und naiv war, keine Ahnung von nix hatte, das Erste, was ich gemacht habe, weil es auch einfach zu der Zeit irgendwie cool war, ist, dass ich mir ein Vision Board angelegt habe und wirklich überlegt habe, hey, wo willst du irgendwann mal hin? Und das Verrückte ist, genau dieses Dokument habe ich gerade die Tage in meinem Google Drive gefunden und davon sind viele Sachen Realität geworden, die ich mir damals hätte niemals vorstellen können. Gerade das in Spanien sein, in der Sonne sein, remote zu sein, mit richtig coolen Kunden zusammenzuarbeiten, irgendwie mit Farina und einem Hund ist sogar auf diesem Vision Board drauf. Also da war so viel drauf, dass ich dachte, krass, das funktioniert ja. Aber ich habe entlang des Weges aufgehört damit. Und das ist wirklich etwas, wofür ich mich wirklich in den Hintern beiße, dass ich aufgehört habe zu träumen. Ich hatte zum Beispiel immer den Traum, dass ich bei Russell Brunson irgendwann mal bei Funnel Hacking Live vor irgendwie über 1000 Menschen mal einen Vortrag halten darf und dachte neulich so, Robert, wann hast du aufgehört, diese Ziele zu verfolgen? Auf jeden Fall bin ich noch den 10 Millionen ClickFunnels Award und den 25 Millionen ClickFunnels Award, einfach weil sie geil aussehen. Und ich dachte mir so, wann habe ich damit aufgehört, das mir irgendwie sozusagen vorzunehmen? Dann wollte ich unbedingt nochmal mit Wim Hof irgendwie ein cooles Seminar machen und irgendwie durch Polen, irgendwie im Eis wandern und sowas alles. Auch das ist verschwunden. Und das ist wirklich etwas, was ich jetzt gerade sehr intensiv mache, dass ich alle Ideen, die ich wieder habe und alle Träume, die ich auch habe, wieder in so ein Ding packe, sodass ich hoffentlich in 5 Jahren wieder drauf schaue und denke, krass, das hast du dir alles irgendwie vor 5 Jahren vorgestellt und gedacht, dass du es niemals erreichst. Und einige Sachen davon hast du erreichst. Und das bedeutet, wenn du ungeduldig bist, ist, glaube ich, die beste Voraussetzung. Aber sich ganz klar darüber zu werden, wo man eigentlich hin will und auch groß zu träumen, ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel. So verrückt sich das anhört. Weil ich glaube, wenn du mich kennst, wirst du mich nicht als den spirituellsten Menschen wahrnehmen. Ich glaube, ich könnte nicht weiter auf der anderen Seite sein. Aber als ich dieses Manifest gefunden habe und gesehen habe, was ich mir da vor 5, 6, 7, 8 Jahren vorgenommen habe und wirklich die Hälfte der Seite erreicht habe, dachte ich mir so, egal wie es funktioniert, irgendwie funktioniert es, Robert, du brauchst wieder so ein Vision Board und bin gerade fleißig am Basteln. Und insofern, hier die Erinnerung, schnapp dir mal wieder einen Zettel, schnapp dir irgendwie Bilder, das ist ja immer im Internet und nimm dir richtig große Sachen vor, die du dir heute noch nicht vorstellen kannst. Die letzte Sache, die mir ruhiger gemacht habe, kommt tatsächlich aus dem Buch von Alex Hormosi 100 Millionen Leads, weil da war natürlich spannend, als jemand, der irgendwie 100 Millionen geknackt hat mit seinen Unternehmen und auf dem Weg zu einer Milliarde ist, wie endet man so ein Buch? Und tatsächlich endet er es mit einer extrem coolen Anekdote, dass er gesagt hat, dass das unternehmerische Leben eigentlich wie so ein Würfel ist, mit irgendwie 200 Seiten oder 20 Seiten und zwei Seiten davon sind grün und alle anderen sind rot. Und immer wenn man würfelt und rote Seite sozusagen ist, muss man nochmal würfeln. Immer wenn man grün würfelt, wird eine der anderen Seiten auch grün. Das bedeutet, man hat dann 17 rote und drei grüne. Wozu führt das? Umso häufiger man würfelt, umso mehr Seiten werden grün. Und das ist ein cooles Bild, was ein bisschen kompliziert ist. Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist so, ah, umso mehr ich würfel, umso mehr ich teste, umso mehr ich ausprobiere, desto mehr Erfolg werde ich haben, umso besser werden die Schläge sitzen. Und das glaube ich einfach auch. Und er meint, du kannst nicht sagen, ob du fünfmal würfeln musst, bis jeder Schlag sitzt oder vielleicht sogar 200 Mal würfeln musst. Er endet sein Buch und das ist halt extrem cool. You cannot lose if you do not quit. Du kannst nicht verlieren, wenn du nicht aufhörst. Und das ist etwas, was mich extrem ruhig hat schlafen lassen, weil es wirklich stimmt. Solange man nicht irgendwann sagt, hey, ich schmeiß hin und mach nicht weiter, kann man eigentlich nicht scheitern, weil man mit jedem Experiment, mit jedem Projekt, was man macht, irgendwie schlauer wird. Und ich glaube, das war eine der Kernsätze, die auch in den letzten Wochen und Monaten mir extrem viel Kraft gegeben haben, weil ich mir dachte, hey, solange man dranbleibt und einfach immer vom Würfel zu Würfel schlauer wird, kann eigentlich nicht viel passieren. Um das Video zusammenzufassen, waren es wirklich fünf so Momente und auch Glaubenssätze, die in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass ich wirklich verstanden habe, hey, du musst nicht jede Woche was Neues anfangen, sondern du musst die Dinge, die wirklich entscheidend sind, richtig gut machen. Und ich glaube, wir überschätzen uns häufig, wie gut wir sind. Ich habe auch schon seit acht Jahren, irgendwie schalte ich schon Werbeanzeigen und habe das Gefühl, stehe da noch ganz am Anfang und freue mich jetzt zum Beispiel Video-Ads zu lernen. Ich habe auch schon vor acht Jahren Funnel gehabt. Wenn ich mir heute meinen Funnel angucke, ist das auch nochmal auf einem ganz anderen Zettel. Ich habe vor acht Jahren Präsentationen und Webinare gehalten. Wenn ich heute drauf gucke, bin ich auch auf einem ganz anderen Level. Und das ist halt das Coole. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir vielleicht auch du schon alles eigentlich hast und einfach mal die Frage zu stellen, was sind wirklich die wesentlichen Faktoren, die dein Unternehmen voranbringen und wie kannst du die nochmal besser machen. Und wenn du damit heute schon zufrieden bist, trotzdem zu überlegen, wie kannst du es nochmal doppelt so gut machen. Und ich glaube, da wirst du Punkte finden. Und das Verrückte ist, dass man wirklich diese Shiny Objects ausblenden muss und das glaube ich auch die Krux ist, um schneller voranzukommen und dass es ein Trugschluss ist, immer nach der nächsten Abkürzung zu suchen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich extrem über deinen Like freuen. Wir versuchen gerade das erste Video mit 100 Likes zu knacken und insofern brauche ich da nur Unterstützung dabei. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.